Willkommen zurück bei Arno1800. Hallo, 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 hallo. Alte Welt? Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Ach doch, ich hab mir den Krieg angeguckt. Aber in der neuen Welt war... Oh, ich spielte die falschen Tassen. In der neuen Welt war man ja unterwegs. Da wollte ich jetzt ja die ersten Sachen setzen. Also Steine, also Ziegel haben wir. Tortillas haben wir angefangen. Da mangelt es wahrscheinlich irgendwann hier hinten am... Da nicht. Am Platz, wo ich das Ding gesetzt. Die andere Seite. Da habe ich es angefangen. So. Ihr habt aber alle Zugang, ne? Ja. Du hast auch Zugang, ja. Aber wir werden nicht umherkommen, hier noch eins hinzusetzen. Ah, wir können es einfach schon mal setzen. So, ansonsten brauchen wir noch definitiv mehr Einwohner. Da ist dann halt auch die Frage... Na gut, okay, das wird sich sowieso weiterfüllen, weil ich es ja ein bisschen übertrieben habe. Aber wie gesagt, Wohnhäuser werden wir immer noch weiter brauchen. So, setzen wir nochmal ein 8er-Block. Dann können wir nochmal ein 3er-Block hinsetzen. Okay, die haben auch alle Zugang zu allem. Ja, bei der Kirche wird es ein bisschen schwierig, aber Kirche bringt nur Zufriedenheit. Das ist, ehrlich gesagt, mir relativ Wurst. Gut, dann erweitern wir nochmal ein bisschen. Die können wir erweitern. Die können wir erweitern. Neue Mission. Okay, hier arbeitet irgendjemand zu schwer. Finden und holen sie die erschöpften Jornaleros. Irgendwo in den Maisfeldern. Oh Gott. Oh Gott, im Wasser war einer. Sie sind schneller als der alte Jornalero. Beeinflusst alle Getränkehersteller. Ja, okay. Macht er in den Flüssen? Ungeil. Gold vorkommen. Kann ich eine Mine bauen? Wieso? Ach, weil ich es gerade freigeschaltet habe. Sehr schön. Kann ich sagen, warum kann ich eine Mine auf einmal bauen? So, Kaffee brauchen wir auch noch. Natürlich. The Box Arena. Setzen wir hier. Box Arena kennen wir auch schon. Also, für die, die die Kampagne gesehen haben. Muss ich aber wieder mal zwischendurch einwerfen. Muss ich gucken. Alter, wo ist denn hier? Da. Da. Alter, also die farblichen Unterschiede sind aber auch wirklich marginal. Ja, aber alle erweiterten Gebäude sollten auch die Box Arena haben. Rathaus. Hab ich da schon eins gebaut? Nee. Kann ich mir auch gar nicht setzen. Warum? Weil Steine fehlen. Okay. So. Ja, ansonsten Goldmini könnte ich setzen. Kaffee könnte ich jetzt produzieren. Bringt aber... Doch, ist ein Bedürfnis. Obreros und Münzen. Gucken wir mal kurz. Kaffee kann ich hier auch setzen. Eins, zwei... Okay, ich bräuchte drei, äh, vier und zwei Kaffee-Röste rein. Ich kann natürlich erstmal entspannt mit einer anfangen. Ich muss es ja nicht eigentlich immer sofort übertreiben. Dann knall ich hier mal eine Kaffee-Produktion hin. So, die sind zum Glück auch nicht sehr groß. Aber ja, ansetzen. Ja. Könnte ich auch so setzen. Aber ich lasse es so. Und zwei von den Jungs hier. Wahrscheinlich so, oder? Ja. Auch 168. Wow. Was ist denn das hier? Holzfällerhütter. Okay, muss ich darauf achten. Dass ich... Sehe ich das eigentlich? Ja, sehe ich. So, da kommen wir jetzt aber auch nicht mehr vorbei. Wir müssen das Land erst... Erst fruchtbar machen. Ja, ja. So, dann müssen wir ein bisschen dran halten. Und jetzt kann ich durchdrehen. So, dann haben wir einmal Kaffee gesetzt. Auch hier uns an die Holzfällerhütten gehalten. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ja, soll er machen. Kaptralorny. Gut, dann... Okay, Arbeiter passen sogar genau. Erweitern wir nochmal ganz kurz hier vorne ein paar Gebäude. Was ist mit euch? Okay, da mangelt es gerade einfach nur an den restlichen Einwohnern. Ich weiß nicht, ob die schneller sind. Warum lasse ich sie überhaupt in meine Nähe? Ja, wir gucken einfach mal. Tortillas, ob das ausreicht mit einem... Oder mit einer Produktionskette. Oder ob wir da nochmal erweitern müssen auf eine zweite. Sehr schön, die kann ich jetzt auch erweitern. Ja, und das hier bitte noch. Hallo? Bewohner? Du, 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 du... Hallo? Hallo? Oh, 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 warum? Was mangelt es? Ach, Ernte-Dankfest. Okay. Oh, 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 oh. Wo ist denn der letzte Einwohner? Ja, endlich, danke. Kleine Fische müssen darauf achten, mit wem sie schwimmen. Ja, auf jeden Fall nicht mit dir. Das ist schön, aber nicht so schön. So, gut. Dann halten wir das nämlich auch. Upsala. Komm, wir knallen das jetzt hier einfach alles voll. Ich war heute Morgen schon vor den Vögeln wach. Bäume finde ich sehr schön. Ich würde die halt gern so belassen. Aber es bringt mir leider keine Attraktivitätspunkte. Ist das Lager schon wieder voll? Alter, das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn dieses blöde Baumwollschiff? Ich muss mal ganz kurz in die alte Welt gehen. Baumwolle ist... ...überhaupt nicht mehr vorhanden. Shona steht bereit. Wo ist denn dieses komische Schiff? Felle, Wurst, Kanonen... Und Titter. Wo ist denn das andere Ding? Mal davon abgesehen. Also 17 haben wir übrig, ja? 15. Nimmt stark zu. Das ist Quatsch. Ich fühle mich geehrt. Wo bist du? Wellenbrecher Shona. Also du bist auf jeden Fall nicht hier. Kann ich eigentlich den Ausgangspunkt auch woanders hinsetzen? Nee. Doch, ich setze den Ausgangspunkt mal bitte hier hin. Und den Eintrittspunkt auch hier. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Weil dann sparen wir uns hier so ein bisschen Weg. Und kann ich das Ganze in einer neuen Welt auch machen? Ja gut, da ist der Eintrittspunkt eigentlich mir relativ Bock, Wurst. Hallo? Achso, da passt das ja. Ist das das Schiff? Ja. Zurück. Ähm. Alte Welt. Neue Welt, meine ich. Neue Befehle? Da ist es. Die Flammen sind außer Kontrolle. Wo ist denn hier der Feuerwehr überhaupt? Da unten. Ja, okay, da müssen wir mal ein bisschen nachjustieren. Da mangelt es tatsächlich an Feuerwehrabdeckung. Ja, wir müssen die Häuser gleich nochmal aufbauen, wenn es hier vorbei sein sollte. Haben wir. Esel brauchen wir nicht. Gänseblümchengarten. Wird nach Gebrauch zerstört. Okay. Hölzer nach Schild. Wer wieder für das Museum. Money-mäßig sieht es gut aus. Hier ist auch fast jede Insel schon besiedelt, ne? Ich habe übrigens auch auf dieser Insel noch gar nichts gebaut. San-Sie-San-Disi. So, was hast du für eine Mission? Es ist nicht lang her. Nö. Dir ist wohl klar geworden, was du zu tun hast. Was hast du? Mal sehen, ob du zu irgendwas gut bist. Ja, die Sache muss ich leider machen. Du traust dich was. Flotte, geh doch fern. Ach, genau, am anderen Ende der Welt. Die hat auch noch eine Mission. Weshalb nicht ein wenig vom Weh? Sie wollen sich da rauswinden? Ich hätte gerne... Beeinflusst Wohngebäude. Bedürfnis. Einwohner sind versorgt mit Bankhaus. Okay, unwichtig. Schadensverlangsamung. Minus 40. Wäre halt auch super für eine... Für unsere Kampfflotte. Zufriedenheit, Aufstandsgefahr ist mir egal. Zusatzeinkommen. Ja, ja. Einkommen pro Haus plus 10%. Alles okay. Du hast auch eine Mission. Hat halt jeder eine Mission. Neue Propaganda-Artikel. Das ist von großer Bedeutung. Idealerweise hält man seine Versprechen. Einkommen pro Haus minus 15. Dafür Brandgefahr minus. Zufriedenheit. Weniger Arbeiter. Ja, das ist was Kurzes. Das ist hier auch für Kampfschiffe. Und hier hätten wir Enzian Garten. Neues Saatbeet. Fügt neue Optionen für Pfadornamente zu kulturellen Gebäuden hinzu. Ja, unwichtig. Also irgendwann bräuchte ich es mal, aber naja. So, und jetzt sind wir hier an dem Punkt angelangt, wo wir keine Dings mehr haben, ne? Ach, ich hab 119 Pilzmäntel. Ah, ich guck die ganze Zeit auf das hier. Ja, gut, okay. Dann reicht das locker aus. Dann hab ich da irgendwie mich verguckt. Das ist ja unser Schiff, ne? Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ach, ich hab meine Kriegsarmee losgeschickt. Ne, aber das ist ja nicht verkehrt. Dann fährt die Kriegsflotte da hin. War nicht das, was ich eigentlich machen wollte, aber egal. Der hat sogar noch Segel an Bord hier, der Oktopus. Dann fährt mal bitte... Wo ist mein Linienschiff? Du, Linienschiff, fährst mal bitte hier hin. Und die Fregatte sammelt die Sachen ein. So, sind wir dann fertig jetzt hier mit dem Brand. Wunderschön. So. Ja, gut, dann hab ich das leider hier verbraucht. 992 würden die mir sogar geben. Also wären bei einer 100er Ladung stolze 90 fast 100.000... Naja, Münzen. Sind ja keine Dollar. So, es fehlt jetzt eigentlich nur noch an den Maschinen, richtig? Ja, ja, gut, und hier die blöde Universität, obwohl ich die schon gebaut hab. Ach, ganz ehrlich, ich erweite nochmal kurz... Drei, vier Häuser. Wieviel fehlen mir noch bis... zur... Vollendung? Noch... Vier Häuser, kann das sein? Ja. Vier Häuser fehlen. So, ich muss natürlich in dem Rahmen hier wieder bleiben. Ja, gut, okay, das ist einfach. So, jetzt bräuchtet ihr eine Schule. Habt ihr, kriegen wir noch mehr Handwerker. Sehr schön. So, da mangelt's tatsächlich jetzt nur noch an Nähmaschinen. Was, was, was? Achso, hat Anteile. Also, euer Krieg ist aber auch noch nicht so wirklich spannend, oder? Habt ihr wieder Frieden geschlossen? Nö, eigentlich nicht. Oh, er hat sogar bei... Uh, der Anarchist ist mit beiden im Frieden. Krass. Ah, Frieden, Frieden. Achso, das bin ich. Haha. Hanna, gut. Ich bin bei 66? Bin ich noch bei 62? Krass. Äußerst gering. Okay. Kriegsschef meldet sich zum Dienst. So, wen haben wir denn hier? Mein Leben ist mein Gefängnis. So. Attraktivität, Reichweite für Marktplätze. Gar nicht schlecht. Gezei-Reviere und Beeinfluss-Kakao. Ja, aber nur 7%. Das lohnt nicht, finde ich. So, und das soll wohin? Wahrscheinlich zu ihr nach Hause, ne? Ja, natürlich. Ja, dann lassen wir die Kriegsschiffe auch erstmal hier stehen. Damit wir hier Menschen ansammeln können. So. Wolf, haben wir Rest unwichtig. Alles klar. Piratenflunder. Jean de la Fortuna und Benti Roggensen sind wieder im Waffenstillstand. Wie lange gilt denn meine Abmachung mit dem Typen eigentlich noch? 10 Minuten. Erleben wir, war die Folge wahrscheinlich auch noch. So, wir haben hier nicht Angriffsgepackt. Nap, nap. Du machst keine Naps, glaube ich, ne? Absolut sicher. Deine Wehemenz gibt auch. Okay, das ist schön. Die Feierlichkeiten sind beendet. Nah, zu unmöglich. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So, dann haben wir erstmal keine Kriegsprobleme mehr. Schäbiges, ödes Leben. Äh, ja, mach mal. Sie haben uns aus der Gosse geholt. Ja. Achso, Besucherhaben. Du begreifst einfach nicht, was alles... Würde ich hier gerne noch bauen. Besucherhaben. Bringt nämlich nochmal Geld. Können wir sogar direkt bauen. Hallo? Drehen sie sich? Hier. Ein Geschenk zum Angeben. Oh, danke Onkel Dagobert. Ach, endlich Errungenschaft. Oder Erfolg freigeschaltet. Oh, okay. Bente haut auch nochmal ein bisschen was hinten raus. Ähm... Danke Onkel Dagobert. Okay. Bringt aber sonst nix. Wie kann ich den Besucherhaben im Sitz? Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ich setze das mal ganz kurz so. Sieht erstmal bescheiden aus. Aber... Ich weiß nicht, warum ich hier nicht bauen kann. Jetzt kann ich den noch da ran setzen, oder? Wieso kann ich den da nicht bauen? Ach, weil es zu lang ist vorne. Schade. Dann kann man das doch wieder abreißen. Da könnte ich es hinsetzen. Ich hätte theoretisch auch noch nach vorne Platz. Das gefällt mir nicht. So, und jetzt kann ich den noch bestimmt da ran setzen, oder? Okay, dann müsste noch einen weiter. Warum kann ich den nicht direkt da ran setzen? Achso, weil das dann so aussieht. Ist egal. Bauen wir. So, den versetzen wir nochmal ganz kurz. Einen nach links. Redcaster. Hasse Besuche. Ha, for now. Hm. naja können wir setzen ich würde auch gern das hier mal setzen problem ist dass die kanon leider immer zu schnell hin und her transferiert werden also ich glaube ich hier drüben ist zwar so viele kanonen mittlerweile haben ja 195 ist halt übertrieben hier ist immer noch nichts angekommen gar nur zwei so der eine kriegsschiff ist das hier noch auf die alte dame ist verlassen ja gut das warte ich jetzt mal kurz ab so mein gott sie kommen sie darauf dass ich ihnen vertraue alter schwede alter der typ ist ja auch monster gut trefferpunkte plus 800 wie wir hatten mein schiff okay das sind immer 20 prozent mehr super plus aktive heilung der so super ja hier schadens verlangsamung ist auch nicht schlecht beeinflusst wirts häuser und wohngebäude zufriedenheit aber einkommen plus 25 prozent aber der typ ist ja der oberhammer ich könnte mir sogar leisten quatsch wird auch nicht immer dazwischen elli schadens verlangsamung der typ wäre so monster gut gefechtskunde navigation navigation kampf kraft ok gefechtskunde rede gabe rede gabe 20 okay das hat gar keinen effekt alter 345.000 kann das so gedruckt werden kauf ich fang endlich damit an die wahrheit zu drucken du bist nur das sprachrohr herrsche nicht wie ein herrscher sei redlich und verkünde das wort dann kann dir nichts geschehen arbeiten sie sich zu tone los geht's hier aus freigegeben hatte ich doch okay der typ ist der hammer jetzt würde ich zwar erstmal erstmal wieder ein bisschen geld ansparen obwohl ich mache 8000 plus also wirklich super aber ich könnte eventuell dadurch dass ja überall im frieden gerade bin du bist mal meine neue nummer eins hier du bist die zwei und du bist ja du bist die drei ähm wir können auch noch mal eine wir können auch noch eine archäologische expedition machen was bringt mir eigentlich eine piratenjagd ich werde dann mal die alte seekiste durchwühlen ok piratenschätze nehmen wir und zwar nehmen wir das schiff mit der nummer also eigentlich weiß ich welches schiff ich will ich sehe es bloß gerade nicht was die winds braut ich werde niemals sehr krank hier neptuno das müsste es sein so ich brauche nur rations dazu nehmen wir echt ich verkaufe auch noch wurst bin ich blöd gut nehmen wir ein paar würster können auch sachen nehmen die einfach kein mensch braucht zum beispiel hier getreide und dann brauchen wir noch jemanden der ein wenig quasseln kann naja ok das ist jetzt nicht wirklich quasseln aber gibt es hier noch sachen heilkunst finde ich zum beispiel gar nicht verkehrt ein bisschen schnappes ja und redekunst weiß ich nicht ob das hier über so ne sachen schnapps ist egal welches ah redegabe kipp mal einer dann lassen wir das ding hier und nehmen dafür bier mit schnapps müsste da auch ausreichend sein oder heilkunst what ja glück oh redegabe 30 keine ahnung wo der wo kommt der insekt und zigarren her genau so zu schokolade wo habe ich das her moral 88 an was liegt das was wenn ich mehr davon mitnehme nischt ja dann aber halt nur moral 88 los geht's haben sie ein reines gewissen einfach schule das wohngebäude gut schicken wir das auf expedition ist denn das andere schiff mittlerweile mal angekommen naja es ist kurz davor 15 minuten haben wir noch gut dann gehen wir in die neue welt äh cap trelawney machen wir morgen wieder achso apropos wir müssen gleich gucken wobei wir haben eh keine schiffe mehr ne nur noch das eine ja dass wir gleich wieder einen nicht angriffspakt abschließen wie sehen denn die bestände aus jetzt nach einer halben stunde das ist nicht das was ich suche das hier okay sammelt sich an sammelt sich beides an sehr schön damit fehlen uns noch obreros für die melone bier kann ich hier nicht anbauen oder nein habe ich aber eine idee wie ich es mache naja okay ist ziemlich weiter weg aber egal ähm wir erweitern erstmal noch ein paar häuser wie viel brauchen wir theoretisch ist ja egal wir erweitern erstmal zwischensiel erreicht kolonie ich kann bauen ich kann bier produzieren nein kann ich nicht ne genau kann ich nämlich nur in der alten welt machen keine ahnung warum es hier angezeigt wird ein hospital kann ich bauen und elektriere konkurrenz ist ein krieg ausgebrochen könnte ich übrigens sein die waffenruhe wurde beendet hallo ich gebe dir auch geld sieben tausend lassen sie uns den einsatz auch an klar frau und kind machen wir so das hospital kostet mich 100 ist aber okay können wir bauen ist allerdings keine sache die hier irgendwas bringt ne ne dann haben wir elektrizität öffnet alter ich habe noch nie elektrizität gemacht ich kann maschinen produzieren vielleicht haben sich alle meine probleme erledigt eine öl raffinerie habe ich hier überhaupt öl nein habe ich nicht eine krankheit ist ausgebrochen ja ein glück haben wir das hospital gebaut kann ich eigentlich hier auch noch so ein bunker den kann ich nicht bauen du bekommst deinen anteil so wie alle anderen auch okay das sind doch noch segel am start kann ich hier noch abgeben ja warum verkaufe ich eigentlich würste dass ich segel verkaufe alles gut kohle können wir auch mal hier übrigens noch 100 mal machen das kann ich nicht erweitern weil mir ingenieure fehlen so ansonsten verkaufen tue ich hier nichts wir könnten natürlich fenster verkaufen wir könnten genauso seife verkaufen weil das einfach alles komplett voll ist alter was denn hier los okay er schützt seine einen clipper mit zwei linien schiffen und einer fregatte dürfte sein hauptschiff sein noch ein bisschen übertrieben oder naja wir sollten vielleicht auch mal langsam in verteidigung investieren die attraktivität ihrer stadt hat sich verringert ja die leute finden es glaube ich nicht geil wenn ich hier kriegsmaterial und sowas baue kann das sein so und die piraten müssten es eigentlich gut finden wenn ich das setze dann fährst du mal zu der insel ich sehe dass du auf der suche hafenaktivität plus zehn prozent wenn man zu einem passiven handel kommt besteht die chance fünf prozent fünf tonnen getreide hopfen kartoffeln traum oder paprika zu erhalten finde ich tatsächlich einen sehr sehr guten typen ach das war so quatsch ich wollte ihn kaufen ja ich hätte ihn gerne gekauft wobei ich glaube ich auch keinen platz dafür habe ich habe besucherhäfen ich habe besucherhäfen und ich habe baukosten und unterhaltskosten okay ich hätte gern noch einen schoner den typen könnte man theoretisch hier rausnehmen baukosten ist okay aber unterhaltskosten minus 50 prozent ich habe halt nur kosten wenn das ding auch aktiv ist und das ist es einfach nicht mir arbeitskräfte von seinem typ aus anderen gebäuden zuzuweisen ja ja das ist egal passt schon gut machen wir feierabend über 30 minuten halte mich immer strikt an meine 20 minuten vorgaben die ich mir selber auferlege naja dr uege mossee hat eine insel von karl malching ach hat anteile okay ich wollte gerade sagen die ganze insel krass ihr seid übrigens immer noch im krieg oder man sieht davon irgendwie immer nischt wir sind wirklich unsicher ob die krieg führen aber angeblich gemäß diplomatie krieg gut wir sehen uns morgen wieder und was mache ich denn nächste folge ach ja ich wollte hier die minen eigentlich setzen und ich werde wahrscheinlich in der neuen welt ein bisschen weiter basteln aber das dann alles morgen haut rein tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020